Fink, jetzt müsste es schneller gehen, über die linke Seite, Michailovic bringt den Pass nicht. Und dennoch das 2 zu 1 für den GRK. Was ist heute hier los? Vorlage vom Blau-Weiß gekommen, aber das wird ihm ziemlich egal sein. Martin Hara mit seinem zweiten Saisontor in der 54. Minute. Hier Michailovic, Topfer stolperter, Schandl direkt in die Füße von Martin Hara. Und so haben wir also den dritten, unter dem Strich, erneut kuriosen Treffer. Ja! Bravo! 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 Michailovic, der hat noch Kraft. Der Torschütze zum 1 zu 0. Auch die Flanke kommt gut und das ist der 2 zu 0 für den GRK. Martin Hara, Saisontor Nummer 4. Ausgerechnet der Ex-Insbrucker, der da eben auf 2 zu 0 erhöht. Zlobotan Michailovic, Tor zum 1 zu 0 und dann diese mustergültige Vorlage. Flanke zu Nummer 7. Da passt das Timing beim Kopfball, aber auch punktgenau von Martin Hara. Nicht am höchsten Punkt getroffen, sondern war schon wieder am Herunterfallen. Du bist der Mann ausgestattet, weil er die Sp setzen hat. Du bist der Mann ausgestattet...